Seid gegrüßt an die Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglade zu einem kleinen Video zu der Griechenland-TV, wo ich jetzt zwei Wochen abwesend war. Ja, ich will gar nicht viel sagen. Eine Sache, die vielleicht gesagt werden müsste, ist, dass ich einen Facecam habe. Wow, ich habe einen Facecam. Ja, wie man sieht, sieht man, dass ich einen Facecam habe und wie man sieht, sieht man auch, dass ich das noch nicht so wirklich raus habe mit der Beleuchtung mehr. Ja, das wird ich dann in den nächsten Tagen noch irgendwie zeigen. Ich bin auch ein bisschen erkettet, also, ja. Kommen wir zum Thema. Heute wollte ich euch mal ein bisschen eine kleine Bilderpräsentation zeigen, weil, ja, ich bin gerade... Da gibt es einen Stromausfall bei mir, wenn ich da gerade geklappt habe. Ja, ich bin gerade eben erst aus... Was heißt gerade eben? Ich bin gerade heute erst zurückgekommen und wollte jetzt nicht großartig noch ein Video produzieren, deshalb habe ich gesagt, da habe ich hier am Anfang so ein bisschen was und dann geht es gleich los mit den Bildern und dann reicht es auch mal kurz als kleine Einblende. Und dann geht es morgen mit Tom und Tachi live weiter, wenn mich nicht alles täuscht, ja, und... Ja, genießt die Bilder. Ja, es sind schöne dabei. Sehenswert. Ein paar Video-Ausschnitte, ja. Denkt an paar Looten, wenn ihr... Die Freunde seht, ja. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr es seht, ja. Dann würde ich mal sagen, los geht's einfach mit den Videos, äh, klatschen mit den Bildern, ja. Ja, keine Angst, die Webcam wird noch besser, dazu wird es sich hier alles noch. Erst Tag mit Webcam, ja. Los geht's. Be-Termine Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.